Ja hallo erstmal und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin der Terra. Mit dabei ist wieder der Olaf. Hallo. Hallo. So wir sollen jetzt hier die Mine verlassen und die Truppen abwehren. Deswegen habe ich auch schon bei meinem Sturmgewehr den Schalldämpfer abgemacht. Also heißt langsam nach oben gehen. Wenn du wie es ausschaut sind die schon fast draußen. Ja die stehen alle vor der Tür. Die warten dass wir rauskommen weißt. Ja. Könnten ja rein theoretisch eine Handkernade rauswerfen. Können wir rein theoretisch. Da sind wir gezwungen dann rein zu pumpen. Gut Schuss. Ohm der erste. Der zweite. Gut. Aber das wird nicht alles sein. Nein nein nein. Nein nein das ist nicht alles. Entschuldigung. Scheiße. Wir sind in der Kunde. Oh. 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 Oh, ich meine 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 meine. Oh. 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 Natürlich umgehst du denn jetzt genau in der Mitte sitzt, was? Ja. Kriegst du meine Schüsse eigentlich ab? Weiß ich gar nicht. Ausfindig. Weil du musst ja ab und zu mal auf dich schießen. Gut. Ja, ich sehe natürlich jetzt links schlechter, ne? So gut wie gar nichts. Rechts sehe ich. Gut. Du machst rechts, ich mach links. Ja, gut. Mach mal viele jetzt vor rechts. Ja, ist gut, gut, fein. Schön. Oh. Au. Gott, nachladen. Scharf schütze ich. Ich glaub lässt es weg. Das war gut, das war gut. Da oben ist wieder ein Scharfschütz hier irgendwo. Ja. 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 Da kommt einer vor ganz rechts jetzt. Da kommt einer vor ganz rechts jetzt. Und dann hat die... Na ja. 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 Entweder müssen wir durchstürmen. Ich denke wir müssen durchkämpfen. Also nicht auf einem Fleck bleiben, weißt du? Ja und ich denke wir sollen die beschützen. Ja, wir können erstmal hier bleiben. Du sag mal, wenn nach 20 Minuten nur noch welche kommen willst, dann... Ja. Nachladen. Feuerschutz, ich höre dir vor! Wurde Zeit, dass du rauskommst, sei kurz. Halt du rechts sauber, ich mache links sauber. Ja. Ich muss ihn ja kurz zurückziehen. Das war zu viel. Alter. Der will nicht sterben. Ja, das ist schwierig. Gut. Okay. So, nehmen sie den Sender von der Leiche. Uh. Das ist doch gut. Dort sein jeder. Also ich hätte jetzt gedacht, wir müssen uns durchkämpfen, weißt? Weil ja immer wieder welche kamen. Aber nö, das war schon ganz gut, dass wir uns auf sie zulaufen lassen haben. So. Munition ist alles voll. Cool. Und Aufklärungsstaaten sammeln, ne? Ja. Ja. Cyclops ist ausgeschaltet. Jetzt hat Stone keine neue Tantechnologie für seine Drohnen. Und die Ingenieure haben ihre Ruhe. Gut. So. Jetzt siehst du, hätten wir gar nicht. Wir müssen jetzt mit der Sophie wieder reden. Und die ist wieder da drin. Ja, na. Aber manchmal ist es ja so, weißt? Dass du auf einem Platz bist und dann kommen sie, kommen sie, kommen sie, kommen sie, und dann sollst du halt weiterlaufen. Ja, ja. So. Wer sind sie? Was wollen sie? All die Klappe, wir haben euch gerettet. So. Ehe wir reden. Spuren stehen nochmal. Okay. Ihr russischer Verfolger ist tot. Um den müssen sie sich keine Sorgen mehr machen. Mein Kontakt ist auf dem Weg. Er wird uns verstecken. Kommen Sie zurecht? Ich glaube schon. Ein paar Verletzungen, aber wir werden bald abgeholt. Danke für Ihre Hilfe, Nomad. Lassen Sie auf sich auf. Cyclops haben wir erledigt. Gut. Oh, wir kriegen eine AK-74-Asold-Survival. Aha. Ja, ja. Aha. Ah, da steht schon wieder M mit zusätzlichen Aufgaben, ne? Ganz vergessen zu drücken. Mhm. Aber naja gut. Egal. So, hier ist nichts weiter, ne? Nö. Eh. Was machen Sie hier? Dich erschießen! Nein, nein! Da schießt jemand! Geht doch. Mal ein bisschen weiter reingucken. In der Mine. Geht er? Nö, hier schluss. Nö, hier schluss. Nö, hier schluss. Hier schluss. Ja, siehste. Haben Sie zu genau. Okay. Ja gut. Liebe Zuschauer, dann kommen wir hier zum Ende. Haben uns noch wackig gehalten, fand ich. Keiner ist gestorben bei dem Ansturm. Haben uns eigentlich auch taktisch, äh, gut verteilt an der Linksseite rechts freigehalten, ne? Nein. Ja, dann sagen wir mal an dieser Stelle, wir werden in der nächsten Folge. Lassen wir es kurz gucken. Da werden wir blb blillp! Episodes 3 und Medusa machen. Genau. Ja. Dann kommen wir hiermit zum Schluss. Eingesammelt haben wir hier schon so weit alles. Also Munition ist voll, sonst würde ich ja noch alles einsammeln. Okay. Ja. Denn sagen wir mal, Tschüss. Habt noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.